das kann ich von hier aus die sind noch da sind auch da sind sogar zwei ja ich musste doch erst mal eine rüstung machen oder was zu essen also die spitzhack habe ich schon mal nur ich glaube ich komme nicht weg weißt du was ich probier's einfach mal weg mit dem weißt du jetzt was erinnert es noch red kraft ja das erinnert mich dass sie alles ein bisschen das hier abbauen hier kann man nicht so gut dass man mich gerade vorgestellt hat das geht nicht aber jetzt auch fichten ja gut ich probiere erst mal weg zu kommen weil ich war gerade überlegen so ein bergdorf so in den berghain bauen viele häuser okay ich bin wegkommen so kann ich mal ein ich brauche noch nicht so weit weil vielleicht ist da hinten noch das bessere so besser sie ja genau deswegen überlege ich erkunden lieber bisschen vorher hast du ne wenig hast du ne wenig mehr vielleicht habe ich dann leider nicht da kannst du doch holen da weiß ja nicht ob man mein kiff wieder abstürzt aus den ganzen spielkart komplett ohne mods kannst du ja nachher machen ich habe nicht mal ob die feind aber ob die feind schützt die ganze zeit alles aber so was machst du jetzt erst mal ich mache mir gerade ein bisschen ausrüstung auch noch mal kurz eine axt die bäume schnell wegkriegen also ich würde noch ein bisschen erkunden lieber gesagt also vorsichtshalber also in irgendeine richtung gehen bisschen weiterlaufen dann legen war fest überbauen und dann also merke ich würde sagen wir merken uns das hier hinten das ist ja das die karotte hast du mit naja okay wir haben schon eine hacke geholt warte mal wir haben noch eisen da hätten wir noch schafe oder ja da hinten da ist noch da war schon wollen wir noch eine schere mal ein bisschen wolle mitnehmen ja ja warte ich mache das nicht weil dann haben wir theoretisch auch schon mal bette können auch die schaffen warum bringen naja vielleicht wollen wir sehr züchte mich hier bleiben ja stimmt schere gibt es so einfach zwei eisen so schräg jetzt so trapp war dein scharf nein hier war ein scharf oh jetzt habe ich blätter ist ja auch da sind scharf ich dachte ja schon bei mir genau läuft nicht weiter gerade aus oder mich will eine rolle eine rolle ja okay die finden war gemäht ja alles wo bist du hin ich bin weiter gerade ausgelaufen dass wir gerade gelaufen sind bist du quasi den berg hoch sozusagen hier ist noch mehr schaffe hier bin ich bin bei den schafen ja ich bin direkt die gehen auch spaß weil ich töte mal kurz darauf ob die fleisch geben die immer fleisch die geben die geben wo man ein paar nehmen davon ich habe ein paar ich habe ein paar leben lassen das heißt wir können sie von mehr das sind richtig viele sind 600 ok ich töte alle die du schärfst also dass ich zwei am leben hier ist ein lavafleck nur die geschärten umbringen hier sind so viele schafe gerade habe neun fleisch wenn wir das brennen haben wir erstmal ausgesucht mit essen die sind schweine und diesen kühe dahinten alles gerade haben alles hier wo es nur hier kurz ich bin jetzt am lavasee ja weiß ich wo wir uns nach hausbauern erstmal vorbereiten nahrung und so aufgestocken ok lavasee ok dann kommst du noch ein bisschen davor ich sehe dich sehe dich sehe ich achta hier ist lang da sind hinten sind die schweine schon weiter hinten sind die kühe hm hm na willst du die schweine hier oben bringen ja es sind nicht so viele wir haben ja ich habe ja ich habe ja vielleicht den inventar ja gut dann die kühe aber ja glaube ich bringe auch leder und so kann ja auch gebrauchen drei stück nehmen einfach nur zwei ich könnte theoretisch ja auch schon mal hier diese gräser kaputt machen weil die geben ja sahen ich würde diese die ganzen kühe bis auf zweikas weg machen wir leben noch drei stücke eins mache ich noch weg und dann war es das okay ja ja es ist gut hier aber noch wo bist du hin direkt hinter dir nicht sind das verlaufen ist noch mehr ironie ist erst den schwarzen denken sind noch mehr schafe ich habe ich verdiene jetzt nicht ich sterbe einfach nach wie und sterben das wird nie passieren ich habe nicht schon ein konnte du hast ein konto ich habe nur die weißen auch alles noch geht weil das schwarze nicht so schön ist m ich habe 25 fleisch ist es noch viel mehr scharfe eine opfkunde schaffe her dass von scharf paradies hier ist ein schnee wie oben also schnee wie oben ist es noch mehr schlafen ich finde aber schnee wie oben auch nicht so sick ich habe jetzt ein grafikverkauf gehabt und wieder okay es geht wieder lege ein bisschen ja klar ich würde die durchlaufen ich weiß nicht weil ich finde das bio ist nicht so schön ja durchlaufen ist auf ein anderes bio allerdings was haben wir da hinten hinten ist der grün also hier also so rechts und was waren das ja ich sehe es kann was waren das der befürchtung recht szenen ja ich hieß es ist ein mietzüber jung glaube ich was war denn was waren denn bist du hin rechts von dir immer noch hier also hier rechts weiter das weiß ich gar nicht da fragt den falschen profi jetzt geht es wieder grüner oder oder das ist auch nur was da hinten war nämlich ein grünes bläden werden hinten sind kürbisse schee stelle mal direkt drauf zu was noch mehr scharfen warte mal ganz kurz wie kursierend ist ein bisschen niedriger wird schon wieder nacht was die kürbisse ja ich habe so gut in die richtung gehen kann ich nicht mehr rennen pass auf dann lass uns wo bist du gerade ich bin hier unten auf den steinen schon würde ich sagen bauen wir uns mal gleich mal gehen wir hier runter in die höhle erstmal da wo du gerade vorbeigegangen bist und bauen uns da erstmal ein brennen uns da das fleisch was er gefahren was gesehen irgendwas großelig gruselig nächstes alles sicher ich weiß es ist auch gut dass er das damit ein Leben vorgeht okay hier ist ein danke ich brauche vorne zu hier ist die Kohle hier ist das da das da das da das da vielleicht brauchst du alles ich brauche die Wolle wir wohnen ja nicht hier machen ja auch keinen Bunker ne ich mach jetzt wirklich nur essen ja und ich brauche es ganz kurz zu damit keiner reinkommt hat oder oder warte wir haben ja genug Wolle ne mhm ich kann doch direkt schlafen stimmt mhm ich brauche es trotzdem mal zu hier damit keiner reinkommt so perfekt keiner rein hast du betten so hier ist ne Werkbank jo ich mach welche nicht abbauen nicht abbauen nicht abbauen danke mach kurz nochmal Textopack rein machst wahrscheinlich Specs oder so ein Ding rein ne ne ich mach Dunsmoke Legacy ich habe ähm Minecraft drin also Minecraft ähm meine Craftle wie das heißt was geht denn eigentlich das habe ich mir runtergeladen so hör mal ein schönes Bett ist doch gemütlich war ja ich hab gott das ist das geht rein noch ein bisschen frei jetzt kannst du ein Handy schnappen und kannst du hier ein Snapchat Foto von machen von den beiden Doppelbetten und dann wird du schon sich denken wut ja warte es lädt gerade das Ressource Pick so haben wir schon mal Steaks so den Rest gebe ich dir ich bin voll ja ich glaube das lädt nicht da kostet äh Minecraft glaubst du ok ähm bei mir im Zimmer da flackert die ganze Zeit das Licht wie so ein Spukschloss ne hm glaubst du dass eines Tages meine Lampe explodieren wirst also einfach peng machen wird das Glas zersprengen oder ich mich übelst erschrecken werde ne weil es flackert die ganze Zeit manchmal manchmal ist der Heller manchmal langsamer äh nicht langsamer sondern dunkler und sehr sehr gruselig du oh muss man mir auf dem Handy was sah man da 1 Uhr 28 was hat meine Mutter denn für ein Profilbild ich will gar nichts was in der Privat meine Lampe für die ganze Zeit zu dunkel so die Steaks und gebratenes Hammelfleisch äh damit muss ich jetzt auf dich warten ähm ja ja wär schon gut da 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 gleich gleich bist du also wir haben Essen wir sind wieder gut vorhanden also wir haben sehr gut ja gut mit dabei wir können wieder auf Reise gehen oder und ja da läuft gerade voll die geile Mucke im Hintergrund könnte für eine Werbung sein sag mal was ja möchtest du dir irgendein Produkt äh ein Produkt vorstellen löfft gerade die passende Musik ich hoffe nur dass mein Minecraft irgendwann wieder funktioniert jetzt funktioniert es nie wieder kennt man doch so welche Momente ich hab's bereinigt ich muss nach vorne ah ist noch Nacht draußen da können wir noch schlafen ja schon ich mach auch kurz Tag ich kann das hier ausnutzen sagen du nicht da bist unser geiles Doppelbett weißt du das Doppelbett erinnert mich an alte Zeiten du ich na mhm 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 lol ich hab mein Enderman gehört hallo Enderman ich hab mein Enderman gehört also so ein Teleport oh easy attack das ist ein wunderbar mhm 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 wir haben Pumpkins ich will noch was versuchen man kann ja so Schneemänner machen oder ach ne warte mal lang wie ich da das kann ich ja hier noch ein bisschen so hier brennen ähm so warte mal mhm ich hab mein Enderman ? warte mal ich b